Jetzt Achtung! So, hallo, da ist eine Feldebis. Die sind jetzt frisch geputzt, also die sind jetzt gereinigt. Die war jetzt im Ultraschallbad, da war die Hauptdüse unten total. Die sind total zu, der Wagen ist überhaupt nicht gescheit gelaufen. Und ich habe es oben herum gereinigt und es ist eine andere Kette, Schwimmekammer und alles, was man oben machen kann, gemacht. Aber das hat nicht gereicht, ich musste mal ausbauen, der Wagen ist lange gestanden und dann ist das halt ein Problem. So, das habe ich jetzt gemacht. Die Achse ist jetzt weiter fertig gemacht worden, angezogen worden. Ich wollte jetzt noch ein bisschen nachziehen, aber das ist alles gut. Die Querdenken unten müssen wir noch strahlen, die sind ziemlich rüstig. Da müssen wir jetzt noch schauen, was man da macht. Die Deholraumkonservierung bekommen, auch der Wasserkaste ist gemacht worden. So, das ist wichtig. Kann man natürlich auch machen, gell? Geht. 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 Da ist auch der Wasserkasten offen da hinten, die wird jetzt konserviert, noch die Hohlräume. Hinten sind die, den Sitz hat man vorgeschnallt. Jetzt müssen wir da hinten rein, da müssen wir mal aufpassen, dass da nicht durchgeräuschtet ist. Ich will jetzt da nicht drum machen gehen. Da ist alles noch sauber da hinten drin, jetzt gehe ich geschwind ans Telefon.